Hallo, Niochi, Leute. Willkommen zurück zu meinem Let's Blade. Tears of the Kindle. Also, Headset funktioniert. Ich glaube wirklich, das Toll hat einen Knack weg. Okay, machen wir den Scheiß. Das sind wieder Jiga und er. Das Problem ist wirklich, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass Nintendo es irgendwie witzig findet, Link wirklich als den letzten Trottel hinzustellen. Das war ja schon bei dieser Serie so aus den 90ern ein Fall gewesen. Aber, oh, das ist wieder ein Drache. Okay, aber das mache ich jetzt. Und doch schnell mit den, ähm, mit den Orakel. Ich werde sehen, warum. Max, fertig. Ich liebe sie über alles. Obwohl ich ganz früh mal gehen muss. Ich habe momentan fleißig, wie ich mich ein Pferd verzeiht. Vielleicht verfalle ich mich dann ein, das finde ich groß. Moment mal, Klima. Ist es nicht das Mädel, das wir, ähm, mal ihr, ja, ja, Libellen gebracht haben und sie das ihrer Schwester zeigen wollte? Und ihre Schwester, von denen wir den Auftrag gehalten haben, hat aber sich vor den ekelt? Also, aber die müssen doch ein bisschen größer sein. Ich dachte, die Liane wachsen schnell. Na, bist du auch hier, um dir anzuhören, was das eisotische Öneralk voraussagt? Ich wollte es fragen, ob ich mich in ein Pferd verzeihe, wenn ich groß bin. Zumindest würde ich hören wollen, ganz viele. Muss ein bisschen warten, in Ordnung. Sag mal, junger Mann, wie fühlst du denn da in meine Garderobe? Mach was hier, oder nicht? Ich krieg Appetit auf Pilzsuppe. Immer als für alle, aber doch in meinen Folgen weit entdecke ich die Mode für mich. Hier immer der großen Anfluss auf das Werk der bekannten Modeschiffe und sag uns, auch in Taborsohlen. Ich war jetzt auf dem Weg nach Pharaas im Osten, hab ja halt gemeint. Er hat mir prophezeit, finde dein Glück auf einer Einsamsee in Nordosten. Tja, der Weg der Mode, ich kann keine Repräsentation, also gehe ich in Richtung Nordosten. Auf Einsame Insel, das ist hier damit gemeint. Eigentlich ist das ein Trick der Gigas. Somit haben sie nämlich unter anderem auch die Du dummes Sohn, dich sollte man grillen. Ja, so haben sie eigentlich die ganzen Moden begeistert und in die Finger gekriegt, damit sie das Kostüm ein... Hm, aber wieso haben sie das? Das wird auch nicht. Oh, bist du auch hier unter meines... Jüngers? Äh, ja. Es hat nämlich immer recht, das Sagen hier alle. Wenn du magst, geh ich hin. Ich habe so Sachen, die ich drauf... Aber ich brauche noch, was meine Gedanken sind. Du kannst ja was von mir fragen. Was für... Bock, 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 bock. Dein Name ging... Link, tu doch nicht so! Nimmst du mal Prüfung ab. So, warum musst du das hier nicht so, wenn du spürst, oder? Du, denn wirst du... Ja. Hör mal jetzt Prüfung. Begebe ich in Neuheit der folgenden Zeit den höchsten Punkt des Stalls. Geh rein in der Pflege, tu, was immer nötig ist. Ich weiß das schon. Bla, bla, bla. Das ist der Grund, warum ich das so jetzt machen will, weil es jetzt nämlich nicht regnet. Das ist nämlich das Problem. Okay, die Tarnung hat nicht funktioniert. Also, dann ziehe ich mich mal wieder um. Weil das halt... Weil das halt... Ach. Äh, ja. Oh. Ernsthaft? Ja, da soll ich durchtauchen. You kidding me. Hopp, hopp. Äh. Link! Du... Oh, du... Weißt du, da hüpft er rum, anstelle er irgendwie zu klettern. Sonst kann er überall rumklettern. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß doch mal machen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Alter, dass der Trottel da immer rummust. Ja, ja, ja. Heiz mau, du blödes Viech. Ja. Äh, ja. Wie soll ich da jetzt vorbei... Ja, toll, Link, mach das ruhig. Warum auch nicht? Äh. Ernsthaft? Ich hasse den Scheiß. So, bin ich hoch genug für dich, du dummes Fuhl? Ja, das ist eigentlich eine Falle der Jiga. Äh, äh, ja, ja, du bist allwissen, ja, von wegen. Wenn man seinen Fein gut kennt, dann hat das nichts mit Abwissen zu tun, sondern mit Wissen. Äh, ja, ja, also dann. Äh. Okay. Okay. Was wollen die damit bezwecken? Ich werde das sehen. Äh, das ist einfach so bescheuert, ey. Äh, kleines Problem. Habe ich überhaupt... Aber im Ernst, Link, kommt es dir nicht ein bisschen merkwür... Link, hör auf zu klettern, sondern schlagt zu. Das ist so eine bescheuerte Prüfung, ey. Das ist wirklich so einfach bescheuert, ey. Und sollte einfach... Ich weiß nicht, ich bin Link wirklich die ganzen Scheißglauben und das nicht irgendwie komisch vorkommen. Also wirklich... Ich habe nichts dagegen, wenn Charaktere bresig sind. Hier. Aber das ist ja nämlich schon Dummheit. Ein Charakter, der ist... Der muss ja so dumm sein, dass er nicht mal atmen kann. Nö, bin ich gar nicht. Was für nie. Hast du eigentlich gedacht, ob es das Sprachmüde gibt? Nein, ich nicht. Das Game will es. Oh, da bist du bis zu unserer Schuhe. Los, hol mal. Das wird einer sein. Seid ihr dumm, oder was? Seid ihr wirklich so dumm, dass ich von dem bisschen erschöpft bin? Also, Link, du hast echt Glück, dass die Dudes dummer sind als du. Okay, wo bist du? Wo bist du? Na, was machst du jetzt? Die glauben wirklich ein Ernstes. Das Ei... Diesmal, diesmal, das wird dich doch entkommen. Du kannst eher vor allem Glück sein, dass wir dich entkommen lassen, du Vollidiot. Deshalb bist du gern, aber darauf kannst du dich für was machen. Ja, ja, verpiss dich. Hallo, Kollege. Ja, halt. Ich habe gerade an diesen Hühnerröcke gedacht, als plötzlich Leute aus Richtung des großen Baumes gerannt kamen. Was ist denn passiert? Das war eine Falle der Jigas. So war das also. Ich wusste, dass es sowas wie es entsprechendes Huhn nicht gibt, aber ein hinterher der Jigas? Haben dir wirklich geglaubt, dass du darauf reinfällst? Sie haben also Informationen von den Zeltag genutzt, um uns in die Falle zu locken. Das schreibt sie mir das Gefieder. Aber nachdem sich die Gerüchte so hartnäckig hielten, haben wohl auch viele Leute anderswo geglaubt. Ich werde einen Tegel über die ganze Sache schreien, damit alle wissen, dass es keine Orakel gab. So, Kollege, damit sind wir nun zwölf Gerüchte um Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen. Die kleinen Füger zwitschern nichts mehr. Dies muss wohl das letzte Gerüchte um Prinzessin Zelda gewesen sein. Was hat eigentlich das Orakel mit Zelda zu tun gehabt? Habe ich da irgendwas verpasst? Es hieß ja nur, ja, das ist ein Huhn, das irgendwie oben rumwakelt. Ich werde Kletis alles berichten. Äußere Säkchen, noch ein nächstes Mal. Hier ist dein Lohn. Wow. In ganz Hau gibt es wohl keinen anderen Reporter, die so gut verdienen wie wir. Wir sind auch die Einzigen. Dann erkennt man deutlich, wie sehr du von Kletis, äh, von unserer Zeitung doch wertgeschätzt wirst. Aber ich fürchte, unsere Jagd nach Neukern ist vorbei. Ähm, ich habe wohl was über so Auge. Ach, was hat mir doch für ein Spaß, Kollege. Jetzt muss ich noch zum Kleberkurier zu gehen und Kletis berichten, dass der Auftrag abgeschlossen ist. Hier ist es gelungen, eine Jägerintriga aufzudecken und der Bande einen Strich durch die Rechnung zu machen. Nichts alles hätte ich von dir erwartet, Kollege. Ich mache mich besser auf den Weg zurück zum Kleberkurier und schreibe einen Tickel darüber. Bis später, Kollege. Abflück! Hoppla, Mino kam ja gar nicht zum Einsatz. Auf der Suche nach Wahrheit. Okay, Tagebuch. Du hast gemeinsam mit Pai in die Städte in den verschiedenen Regionen die Lupe genommen und die Gerichte umbrennt dir vermittelt, dass es in den Zelt auf geht. Kira zum Kleberkurier zuhörst und erstattet Kletis bericht. Okay. Aber im Ernst, haben die wirklich ein Ernstes gedacht, dass Link von dem bisschen Plackerei fix und fertig sein wird? Und der Dude hat gegen die Eifer und Kanon gekämpft, reist da Tage, Nächte lang rum, ohne irgendwie müde zu werden und besiegt auch Leuna und Glirok in Alleingang. Und dann glauben Sie wirklich, das bisschen erschöpft ihn? Er ist doch kein 0815-Bürohengst. Was soll ich da haben? Die Stallbesitzer mussten deshalb... Ah, okay. Ich hatte hier darüber gesprochen. Ah! Okay, ich glaube nicht. Hast du mal schon von der Glücksglocke gehört? Die befindet sich in Tabraso östlich von hier. Es heißt, dass man sich auf ewig lieben wird, wenn man die Glocke gemeinsam läutet, daher reisen viele Paare dorthin. Ich würde wirklich gerne ein Bild von der Glücksglocke malen und hierher aufhängen. Ich habe meine vier Töchter gefragt und ihnen würde es auch gefallen. Also möchte ich gerne losziehen, um die Glocke zu malen, aber die Arbeit im Stall hört einfach niemals auf. Doch, wenn ich mich mit meinem Bild zeigen würde, dann könnte ich es einfach abmalen. Okay, das ist kein Problem. Oh, wir haben jetzt genügend Kohle, dann könnten wir jetzt wieder was holen. Hallo, ich bin hochervollt, Sie wiederzusehen. Was sage ich? Höchsterfreut. Ja. Ja. Dass er richtig einen Luftschwung macht. Äh, nein. Ich habe mich verdrücklich für hier alles gehoffen. Ich meine, nur ein Fall, das ist doch lächerlich, Leute. Ja. Läuchtsamen kriege ich ja woanders in den Höhen und so. Lösch-Echsen. Ja, kann ich mal. Nö, das war's. Wo ist jetzt eigentlich Tabarase genau? Ah, gegenüber. Oh Mann, ich habe schon wieder gegen das Kabel gehauen. Und mich da verheddert. Naja, das wird auch nicht erklären, warum das so schnell kaputt geht da an meinem Headset. Wenn ich immer jedes Mal gegen Kabel so rumzehre. Habe ich die Bäume nicht vorhin gefällt? Haben die Jigasi wieder angepflanzt? Na, Mord, es tut uns leid, dass ihr gefällt wurdet. Okay, gucken wir mal. Ach ja. Das gehört ja eigentlich auch schon dazu. Ja, ich kann mich noch erinnern, als hier, was heißt hier, einer, als hier mehrere Wächter herumliefen. Das war ätzend, Leute. Aber sowas von ätzend. Na ja, weinstfalls kommt uns kein Monster mehr entgegen, beziehungsweise kein Wächter mehr. Aber kann natürlich auch sein, dass hier natürlich auch die Mannzeit auftaucht und so. Aber sieht hier um einiges ordentlicher aus. Isolation in Gronja scheint sich beruhigt zu haben. Kiste? Also wirklich so? Also werde ich hier eine Arbeit hier schnell zu Ende bringen und zurück zu Junibau zu bringen. Oh, ein Reisender? Nun, hier sind viele dicke Brocken runtergefallen. Der Boden ist sehr uneben. Da kommt man nicht gut voran. Ich würde an deiner Stelle nicht hier rumlaufen, wenn es nicht über sein muss. Wieso? Wenn du hier herumläufst, fällst du aber auch um nachher noch. Also pass gut auf. Ja, ich habe schon ein Schlimmeres erlebt. Ich meine, wurde von Strudel verschluckt. Ebenso von von Sandstrudel. Also Und hier ist ein Bandschrein in der Nähe? Ah, okay. Ich weiß, welchen Bandschrein der ist. Und da oben ist er. Ja, du hast mich gefunden. Tschüss. Okay, ich sehe den schon. Ich könnte eigentlich wieder mal Fotos bei Rubello kaufen. Dann hätte ich das hinter mir und... Oh. So ein Fleckchen. Okay, das mit dem Schrein kann ich ja eigentlich auch machen. Obwohl ich davon nicht so begeistert bin. Ach, guck mal eine an. Das Ding habe ich doch gar nicht aktiviert, oder wie? Ja, dann wollen wir es mal aktivieren. Absolut erstaunlich. Was gibt es denn? Oh, interessierst du dich einfach ebenfalls für dieses Bauwerk? Boah. Das ist so ein Gacha-Gacha-Kostüm, äh, Gerät. Wenn man genau hinsieht, scheinen sich Objekte erinnern zu beten. Ich freue mich, wie man hier herankommt. Das Bauwerk ist zur Zeit des Katalismus vom Himmel gefallen. Wohin, wo sein Zweck besteht. Was ist da drin? Ich freue mich, wie man... Was, wo der ursprüngliche Zweck dieses Bauwerks war? Und Pipio von der Sodom-Forschung ist, das ist ja wie so ein Kapselspenden dann. Bist du wie es mal Dinger am Hinten gemacht? Und da sieht man schon einen grünen Kristall. Ja, der grüne Kristall und nicht der schwarze... dunkle Kristall. Ja, warte, schwarze Kristall sagen. Ist ja gar kein schwarzer Kristall. Wie? Das war also drin? Ja. Wäre da gedacht, dass sich im Inneren dieses Bauwerks so ein Abauteil befinden würden. Wie werden die eigentlich hergestellt, frage ich mich. Ist das nicht eine unglaubliche Entdeckung? Denn nicht nur hier in Taburasow wird ein solches Bauwerk fern, sondern auch in Karkregor, in Nekulao, südlich von ihr. Und ein weiteres weiter Dicklock-Hängebrücke gibt, den Eingang zur Gerudo-Region im Südwesten. Hm, ja, vielleicht unterscheiden Sie sich daran, welche Sonnenworte Sie enthalten. Wir sind auch lange nicht fertig. Lass uns auch die anderen beiden Bauwerke untersuchen. Doch zufällig sollte ich dir eine kleine Anmerkung dafür überreichen, dass du mir dein Fund gezeigt hast. Sonnenflöckchen, okay. Das hier habe ich bei einer Erforschung und einer Erforschung in Ruinen gefunden. Es handelt sich um eine seltene Pflanze, die vor dem Kastmannus-Turnierungswuchs, und da weiß ich nicht viel über sie. Aber in Karkregor, das liegt in Nekulao, südlich von ihr Forschungswissenschaftler, und diese Pflanze. Vielleicht sollte sie einmal aneinander fragen. Also ist jetzt mein Weg fort, und ich hoffe, dass wir auf unseren Reisen wieder mal treffen werden. Was ist da drin? Ach du meinst, ich habe ja viele Sonnenflöckchen. Gut, dann tun wir noch was da rein. Aber ich glaube, ich sollte mal wieder ein paar Konstrukteure mal aufsuchen. So. Wie links ich ihm, was freuen tut. Rakete, Rad, Rädchen. Rädchen. Klingt so niedlich. Aber Rakete? Oh, gut. Weil die helfen uns ja wunderbar weiter. Aber wo weiter? Das ist ein gutes Stichwort. Ich will nämlich dorthin. Gucken wir mal, was war da neu hier. Oh, hier bin ich überhaupt gar nicht langgegangen, sehe ich gerade. Was sollte ich vielleicht mal machen? Aber nicht jetzt. Oh, fotografieren wir das doch jetzt mal die Glocke? Mit dem Mond da, sieht doch ganz cool aus. Äh. Hä? Äh, Moment mal. Ach, ich soll die Glocke auch so fotografieren. Ach, ich soll die Glocke auch so fotografieren. Und jetzt machen wir wieder eine dumme Sache. Ach ja, damit, da muss ich mich ja auch mal aufkümmeln. Was ist los, Dude? Ach, du bist es wieder. Tut mir leid, dass ich mich nicht um dich kümmern konnte. Bist du ja immer ein Kunde. Darauf ist man aus, Dummste Aledas. Das ist unser Motto hier bei dem Bauunternehmen Dummste. Ich bin bei der Geschäftsführung. Doch, wenn es mal ein Kind gefällt mir, ist es auch immerhin. Meine Tochter Mathilda, weißt du? Ja, mit der komischen Frisur. So, liebenswert. Und sie sind meine Paula und mir ja so ähnlich. Doch bald wird Mathilda nach Gerudo-Stadt aufbrechen. Die Geburtsstätte meiner Frau. Die Gerudo haben ein Gesetz. Bis zum bestimmten Alter dürfen sie nicht mit Männern in Kontakt treten. Solange sie noch jung sind, ist das kein Problem. Aber haben sie ein gewisses Alter erreicht? Nun, da kommt jemand aus Gerudo-Stadt und holt sie ab. Angeblich ist der Aufenthalt in der Gerudo-Stadt eine große Ehre für eine Gerudo. Mathilda scheint sich auch sehr darauf zu freuen. Deshalb wurde ich ihr eine große Abschiedswahl für sie veranstaltet. Doch ich habe ja keine Ahnung, wie schwer so etwas einem Vater fallen kann. Ah, bitte verzeih mir meinen Ausbruch. Ich muss zurück zu meinem Projektgelände. Nur zu gern würde ich noch mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen, bevor er sie abreißt. Doch ich habe leider alle Hände voll zu tun. Meine Frau auch. Kann keine anderen Aufträge annehmen. Weil der Umzug sie wohl stark im Anspruch nimmt. Wünsche, jemand würde Mathilda etwas Gesellschaft leisten. Da fühlt sie sich vielmals als nicht einsam. Äh, habe ich irgendwas getriggert? Achso, jetzt ist er weggegangen. War kein Ausrufezeichen bei ihm. Also es ist natürlich wieder eine Quest. Nur was ich mich frage, hat Mathilda keine Freundin in ihrem Alter? Okay. Ach, ich habe das Ding immer mitgenommen, weil ich dachte, vielleicht kann man es gut verkaufen. Aber es scheint einfach nur ein komischer Stein zu sein. Sollte schnell jemand finden, der dumm genug ist? Was ist, willst du jetzt so ein Projektgelände? Wenn du die Schwebwahn einnehmen willst, musst du dich der Nutzungsgewehr erheben. 20 Robbier, das gilt für alle, ganz ohne Ausnahme. Allerdings kostet nur die allererste Fahrt. Danach kannst du auffahren, wie du willst. Ein Überausgröße, ganz wenigstens nicht. Und der Stein da? Oh, und es tue sich einfach für diesen Stein. Tja, der war auf den Projektgelände vergraben. Ist ein seltener Stein, also habe ich ihm mitge... Ich meine, ich habe ihn als kleines Andecken mitgenommen. Kleines? Gut. Der ist ja so groß wie du. Aber wenn du Stress hast, würde ich ihn näher abgeben. Kauf ihn jetzt zum Steffiweiß von nur 100 Rubine. 100 Rubine. Okay. Das ist nicht teuer. Weil... Ich meine, ich habe... Hey, was soll das? Na, du, was spricht denn da? Du versuchst doch schon wieder ein Fretten irgendein Schund für deinen Haufen Rubine zu verkaufen. Das Ding sieht aus wie ein zu groß geradene Feuerstahlen. Das kann doch nichts Besonderes sein. 60... 60... Nein, 50 Rubine sollen für etwas mehr als genug sein. Nein! Versteh doch, das ist ein ehrliches Geschäft. Oh! Wenn Blicke töten könnten, Junge, wärst du gut durch. Na gut, aber dann zieh mich nicht mehr auf mich nicht mehr so böse an. Also gut, was hältst du von 50 Rubin? Ich nehme ihn. Was? Ich habe tatsächlich geschafft, diesen seltsamen Stein zu verkaufen. Ich bin ein Glückspilz. Das ist ja großartig. Junge, Junge, du musst Adleraugen haben. Nö. Ich weiß, was das ein Stein ist. Sein Wert ist unbezahlbar. Aber das wirst du nicht verstehen. Dieser Stein ist äußerst wertvoll gehandelt. Er ist nicht für ein guter Kauf. Von diesem Moment an gehört der Stein dir. Bitte nehme ihn dir. Du kannst ihn einfach stehen. Ich lasse ihn einfach hier stehen. Du kannst ihn jederzeit mitnehmen, wenn du möchtest. Das ist eigentlich der Typ, für den wir aus... Ja, aus Spaß... Dass immer, ja, hier die Wächter zu seinen Vergnügen plattgemacht haben. Und dass eine Tochter nur Kuchen essen wollte. Aber ich muss sagen, die Tatsache, dass seine Frau ihn so unter die Pantoffel hält, macht die Sache doch wieder sympathischer. Aber im Ernst, Leute. 100 Rubine sind wirklich nicht viel. Ich meine, bei... Also, bei Twilight Princess, da habe ich... Bei Twilight Princess zum Beispiel, da habe ich für eine Brücke etwa 2000 Rubine bezahlt. Oh, hi, Steini. Oh, hi, Steini. So. Oder war ein Saus auf jeden Fall, aber habe ich da mehr bezahlt. Ähm, das bauen wir doch lieber... Ich kann das Teil hier nicht bauen. 50 Rubine für diesen komischen Stahl. Gar kein schlechtes Geschwäch, hm? Ach, du schon wieder. Okay. Noch nicht. Hä, Dummster ist wieder auf dem Rekker hier. Jetzt muss ich nur vorsichtig sein, wenn ich den aus dem Rekker kassiere. Äh, okay. Also, bei Breath of the Wild war er total schnöselig und hielt sich was für besser aus, nur weil er Kohle hatte. Komischerweise kommt er mir ein bisschen sympathischer rüber als im Breath of the Wild, aber nur ein bisschen. Ja. Naja, die Dinger sind nützlich. Und die sind auch nützlich. Okay, die kann ich mal kaufen. Ich habe gerade überlegt, ob das sich überhaupt lohnt, die Dinger zu kaufen, weil mit denen kann man ja nur Gerichte machen, die wirklich so gut wie gar nicht richtig heilen. Bis mir einfällt, hey, diese Teile kann ich ja nutzen, um Medizin herzustellen. Und die auch ziemlich lange halten. So, jetzt laufen wir damit rum. Dummli-Dum. Vielen Dank. Ja, ich sollte vielleicht auch mal den Kristall ansprechen, damit er mir den Weg zeigt. Ich habe ihn einfach nur mitgenommen. Ja. Also. Das Tal ist hier. Wenn ich mich recht entsinne. Können wir doch mal was zusammenbauen? Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Was haben wir denn eigentlich so von den Skigaster geklaut? Ja, also das Einrad, das verstehe ich nicht, wie man das nutzen soll. Weil das Teil, ja, das Teil hat, sag ich, das geht immer so nach vorne und da kommen wir gar nicht drauf. Soll ich mir ein Dreirad holen? Was, was besteht eigentlich der Laser-Zweirad? Probieren wir es mal aus. Okay, sieht ganz cool aus. Es war nicht so cool wie Epanorte Zero. Ah, okay, so ist er zusammengebaut. Das konnte man nämlich nicht so gut erkennen, welche Sonau-Bauteile da verlangt werden. Das sammle ich ein. Das ist ein Gold-Hapfer, Leute. Irgendwie haben sie echt Talented-Dudes. Ich glaube, ich ziehe lieber eine Bockling-Mitze auf, weil sonst die mich nerven werden. Ich glaube, hier sind auch die auf Pferde oder sogar auf Kutschen unterwegs. Wir kommen gut voran. Aber es ist Gewitter, also soll ich vielleicht eine andere Waffe nehmen? Wie sieht es bogentechnisch aus? Auch nicht im grünen Bereich, also, okay. So. Oh. Hallo, ich fahre nur vorbei. Ich glaube, ich habe ein kleines Problem. Und ich habe es geschafft. Ich habe das Problem gelöst. So. Ich nehme mir das nochmal mit. Ja, hier war doch der Schrein gewesen, oder? Ja, da war der Schrein. Und ein bisschen eine Etage tiefer war die... Ja, da war die große Fee. Und ich höre da wieder was. Hi. Äh. Wo ist er hin? Ach ja. Okay. Okay. Nämlich gewundert, wenn du da so einen Abgrund hängen würdest, die jetzt, wo du runterrutschen könntest. Okay, gucken wir mal. Na toll, ich liebe es, wenn man das nicht so sehen kann. Okay. Bleibst du mal hier? Ich weiß nicht, ob du da... Da war das schon wieder los. Okay, ich sehe das. Na, hoffentlich klappt das so. Ja. Ähm. Okay. Äh. Habe ich schon mal gesagt, dass ich es hasse, dass ich aus einem bestimmten Winkel da nichts mehr holen kann? Hm. Ich weiß, ich weiß. Gebt mir bitte her, Leute. Dann macht ihr mich glücklich. Ihr seid glücklich. Aber wirklich, 100 Rubine sind wirklich nicht viel. Ich meine, ich bezahle für Falle 120 Rubine. Aber was muss ich denn, Dude, ja nicht einfach auf die Nase schmieren. Also, das war eigentlich nicht so schlimm, wie ich zuerst befürchtet habe. Weil mir war der Kern nicht so noch nicht sympathisch. Weil, naja, wegen der Sache mir eben weiß ich auch so weit halt. Okay, dann holen wir das mal. Oh, nice. Dicken, fetten Diamanten. Soll ich das machen? Obwohl wir da vom Gesicht überhaupt nichts sehen werden. Naja. Die Schreine wissen ja, dass der Link sich nur verkleidet hat. Das, was Raro da so in der Brust hört. Ist das so eine Eule da, die da steht? Weil Minaro hat ja auch so eine ähnliche Maske. Also, die Maske sieht ja auch so ähnlich aus. Und welche Verbindung haben denn die Sonau mit der zur Eule? Was soll eigentlich dieser komische Ohrschmuck darstellen da? Oder was es auch ist? Sollen das einfach so Hängeohren darstellen? Was weiß ich, was in denen vorgeht? Oh. Hoppla, ich habe schon jede Menge, sag ich, Segenslichter. Und die Steuerung zu überprüfen? Was gibt es da zu überprüfen? So, dann ziehen wir uns mal wieder um. Komme ich da wieder so hoch? Das würde mich mal interessieren. Nicht mal schlecht bin ich da. Also, okay, mich würde es mal interessieren, ob das Fahrzeug noch da ist. Äh, Quatsch. Ah, okay, ich habe, da wurden die Rabios-Maske. Aber da ich ja nach oben will und nicht seitlich, wurde es sich nicht hier rauszuholen. Okay, also, dann werden wir mal uns wieder Richtung, äh, weil wir mal Richtung, sagen wir mal, steil machen. Da muss ich doch mal gucken, welche Stelle habe ich eigentlich noch zu machen. Das wäre nämlich auch ganz gut. Okay, der in der HEPA-Ebene, da kann ich noch nichts machen. Ich schätze erst, wenn ich da mit, äh, das mit der großen Fee gemacht habe. Dann kann ich das machen. Das erinnert mich ein bisschen da im Untergrund, wo ich da mal rumklettern musste. Nur ist das hier angenehm, aber man sieht ja das Ende. Im Untergrund sah man das ja nicht so. Alter, man muss hier zu gehen. Äh, ist das euer Scheiß Ernst? Jetzt muss es regnen. Moment mal, wenn es regnet, dann kann ich ja noch was anderes machen. Ich will aber nur wirklich sehen, ob das eine Fahrzeug da ist. Ach, kommt! Ihr sagt doch selbst, das Zeug ist dafür geeignet, um zu klettern. Also, dann lasst es auch, okay? Also, lasst es dann wirklich, dass es zwar... Wollt ihr mich verarschen? Nö, je... Ist mir egal. Ist mir doch scheißegal, wenn der Trottel da auf einmal nicht mehr weiterkommt, sondern hat es nicht verdient, dass er so ganz böse auf die Schnauze fällt. Scheiß auf das Fahrzeug, ey! Das war eigentlich ein Bedürfnis, ihn da auf die Fresse fliegen zu lassen. Weißt du, ganz plötzlich verliert er plötzlich den Halt. Wozu eigentlich habe ich diesen blöden Krötenanzug, wenn das nichts bringt? Können wir mir das mal erklären? Oh, jetzt regnet es nicht mehr! Das ist doch bescheuert, ey! Oh! Oh! Oh, ich konnte den... Oh, ich habe doch was in Boslek oder wie die heißen, ich habe eine Zeit mit dir zu spielen. Ja. Okay. Die machst du also nicht aus, dass die Schleime belästigen? Okay, gucken wir mal. Okay. Okay. Aber wie soll ich das jetzt machen? Oh, warte mal. Vielleicht soll ich einfach mal auf die Hügel gehen und dann sehen, wie der aussieht. Das war auch mal eine Idee, oder? Und wenn ich mal schon hier bin, könnte ich eigentlich mal gucken, ob ich da das mit den... hier auch noch das Bild machen, oder habe ich das schon? Oh, jetzt sieht der Hügel aus wie ein Orctorok. Habe ich da schon das Bild gemacht? Ja, das ist das Problem, da es ja nicht richtig sortiert ist, ist das immer herausfinden gar nicht so einfach. Hier. Hm. Hm. Die habe ich ja nicht. Oder gucken wir mal. Stein aus der Kala. Da auch nicht. Piraten mal haltet das Bild... Oh. 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 Okay. Ich habe es also. Hm. Eigentlich ist das wirklich nicht weit weg, da könnte er wirklich mal schnell was machen, aber... Fulltime Job. Da kann man nicht mal einen Ruh auf die Toilette gehen. Hm. Ich habe ein Beet für dich. Hm. Wirklich? Du hast mir ein Beet vom Ocronose in eine Ocronomform gebracht? Zeig es mir bitte. Oh, wunderbar. Das ist genau das Bild, das ich sehen wollte. Ja. Na klar. Dieser See sieht wirklich wie ein riesiges Monster aus. Ein Monster muss man eben mit Monstern schlagen und dieses Beet wird unsicherlich gut beschützen. Und hier brauche ich noch etwas Zeit, um es abzumachen. Keine Sorge, ich bin ein sehr guter Maler. Das sieht doch wirklich cool aus. Ich wusste es. Das passt perfekt. Es ist ein Stahl. Ich bin nicht zu großem Dank verpflichtet, Meisterling. Ach, dann kann man sich kaum satt sehen. Okay, es geht. Oh, ein Wildreis. Oh, ein Wildreis. Gut, das hätten wir. Das war so ganz gut, dass wir hier vorbeigegangen sind. Klingt hofft ja immer noch. Mhm. Für immer. Selbstverständlich. Ich hoffe auch weiterhin, dass es nicht so schlimm ist. Mhm. Der Typ muss auch sich irgendwie verarscht fühlen. Dank dir, Meisterling, konnte ich endlich das Beet aufhängen und schlafe dann wieder ruhiger. Wenn etwas Monster abschreckt, dann ein Beet von einem riesigen Monster. Okay. Mhm. 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 Ja, bis morgen. Ich bin Marlon. Gott der Pferde. Eglingsessen. Gemüse-Risotte. Kürbis. Hyrule-Reis. Steinsalz. Ziegen-Butter. Pferd-Stelten. Das könnte ich eigentlich auch mal machen. Er hat gerade aber wirklich hier ein Rezept verraten, damit wir ihn damit, ja, beglücken können. Natürlich vieler Blutmond. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt. Erwacht das Fleisch von Unbeheuern zu einer Schwerde. Ja, ja, wissen wir. Und ihr Hass ergießt sich über das Land. Ja. Na, weil wir was Gutes haben, die Monster. Man kann das in Supermedizin machen. Oh. Oh. Okay, dann teleportieren wir uns mal dahin. So. Ja. Weil, ist ja schon wieder eine Stunde. Ja, danke. Tipps sind sehr schön und gut, aber wenn die Tipps immer dann kommen, weil man deswegen zum Hobbs gegangen ist, weil man keine andere Wahl hatte mit wenig Herzen, dann ist er schon sehr nervig. Puh. Okay, gehen wir mal das Bild ab. Ah, warte mal. Ah, warte mal. psipp solange da. 林 pedir. Warte mal. ICun öması. meno öanthaio kl arend Oko. Aber ich Forscher sie ja auch die rüberkommische Mitternatню. Und du kannst da. Eine Wallen enfants, also die mapelische Mor哈哈哈. Wenn ich ein Bild in der Glücksglocke aufhänge, erfuhren sich da auch meine Töchter. Auch mein Bild. Ja? Na, bitte. Oh, wunderbar. Das ist genau das Bild, das ich sehen wollte. Ich würde nur zu gerne ein Bild mit diesem Motiv im Stall hängen. Darf ich es auch mal? Na ja, ich habe es ja extra für dich ja geholt. Ach, da wäre eine Erinnerung. Weit, ja, weißt du, ich habe die Glocke jetzt einmal geläutet. Zusammen mit meiner Frau. Und dank dieser Glocke sind wir immer noch glücklich zusammen. Und jetzt war ich noch etwas Zeit zum Ballen. Ja, ich wäre jetzt ein bisschen guter Maler. Bla, bla, bla. Ja, das sieht echt cool aus. Ja, das passt wirklich perfekt zum Stall. Oh, ich kann die Glücksleute schon fast hören. Den hat doch schon ein paar geheiratet. Nö, das gefällt mir so. Oh, der Himmel kriege ich jetzt Hunger. So. Okay, Terry, komm mal her. Ich brauche mal wieder Pfeile. Obwohl ich mehr als genug habe. Und... Ist er da der Idiot wieder? Ja. 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 Okay. Ich hab den Kehr gar nicht gesehen. Aber ich hab erstmal keine Lust auf den. Da ich ja wahrscheinlich ja öfters hierher kommen werde, ist also jetzt nicht so... Ist jetzt nicht so entscheidend. Ähm, Nordosten. Ich will mal wissen, ob der wirklich da hingegangen ist. Ich würde ja gerne sagen, Toddl und so, aber Link hat ja auch anscheinend den ganzen Scheiß geglaubt. Hm. 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 Ist das gut nicht. Also die einzige, wo ich sagen kann, es ist die einzige Insel. Also Nordosten ist es ja hier so schräg. Doch nicht. Okay. Sehensbeere haben wir noch. Mal so mit dem Bild. Oh. Lässt nach. Na super. Okay, gucken wir mal, was da noch zu machen ist. Hm. Hm. Oh, es pisst mal wieder. Ach, ich muss ja noch zu Kletis. Okay, das können wir auch gleich nochmal schnell machen. Nö. Hm. Ja, her damit. Ja. Ja. So. Dann das nächste Bild. Was wir suchen könnten. Ja. Was würdest du gerne dafür Motiv? Hm. Hm. Ah, okay. Da weiß ich welche. Wie gesagt, es geht mir dabei um eine Ausgabe. So hier stimmte der Götter und stehen in der friedlichen Ordnung. Das höre doch kaum jemand weiß wo. In der Nähe soll es auch eine geben. Und zwar im Temp in Südwesten in der Ebene von Hyrule. In Südwesten? War das vergessene Plateau? Hm. Ich hab doch hier gesucht. Doch ich kann sie nicht finden. Vielleicht steht sie an einem Ort, der Pferde umzugänglich ist. Ein Bild würde schon mir reichen. Solange eine große Stuchte Göttin zu sehen ist, kann ich sie einfach abmalen. Okay. Äh. Ach Quatsch, ich wollte auf die Karte gucken. Südwestlich und für Pferde unzugänglich. Ja, alles klar. Damit ist, ähm, hier das gemeint. Gut. Gut, dann machen wir das und dann holen wir die Bologen von Kletis ab. Oh Mann. Hm. Okay, jetzt lohnt es sich auch wieder leuchtsam einzusammeln. Wie immer die Beine da raushängen. Okay, raus aus der Suppe. Ja, weg, das ist alles magnetisch. Ne, also ich meine nicht magnetisch, sondern zieht Blitze an. Da ist auch die Statue. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Aber wenigstens müssen jetzt auch Leute hier eher wieder hochkommen, da ja der Weg ja frei ist. Oh, hi. Ich habe keinen Bock auf dich. Ja, dick gepanzert. Schön für dich. Hau ab, du blöder Baum. Ich erschrecke mich jedes Mal. Na ja, liegt auch daran, dass ich von Bäumen das nicht kenne, dass sie einfach so rauskommen. Oh, nö. Wenn die hier rumkraschen, wissen die, dass ich keinen Bock denn bin und nerven mich. Ach, Gott. Äh, war das klar bei dir? Das ist also, als ob da gegen die Säule geknallt wäre, der Idiot. Oh. So. Ist jetzt ja Ruhe im Karton, äh, Schicht im Schach. Ach, guck mal an, da war eine Schatzkiste, die ich noch nicht geholt habe. Ah, okay, können wir mal gucken. Aber ich glaube, da wird wohl nichts Geschaderes drin sein. Wo die eigentlich herkommen? Wir haben doch alles abgesucht. Ah. Ja, hier. Ah, Moment mal, da könnte ich eigentlich auch gleich die ganzen Sehensdichte abgeben. Können wir da irgendwie das Leuchten einfangen, wenn wir näher rangehen? Nö. Oh. Du hast auch das Zeichen des Windes Weisen. Ja, Yonobo. Ich würde das Band des Vertrauens zwischen dir und Yonobo stärken. Okay. Tieferschwur von Yonobo, Weise des Feuers. Zeichen des Paktes mit Yonobo, dem Weisen des Feuers. Dass da Yonobo stärker ist. Ist ja ein Griss seines Geistes. Okay. Ja, aber ich bin noch nicht fertig. Ich hab da noch was. Ich hab da noch was. Versägenslichter. Also muss ich wirklich gucken, wo ich die ganzen Willen der Weisen finde. Können wir das nicht einfach sammeln, also Sammelbestellung machen und sowas? Dann müssen wir nicht das jedes Mal durchziehen. Ich frag mich, ob das irgendwelche Spiele, äh ich meine, Gamer sind, Hardcore Gamer, die Wiederspiel mit drei Herzen durchspielen. Aber das würde eigentlich schon auch scheitern. Ah, dann das, äh, okay. Das wäre deswegen schon bei der ersten Tür scheitern. Da braucht man nämlich vier Herzen. Also wird das nicht mehr durchspielen. Das wäre ein Grabe. Das wäre ein Grabe. Ja. Äh. Ja. Gut. Wir diskutieren uns mal dort hin. Geben die Quest ab und dann noch das Ander, wenn wir abgeben. Am besten Dank, ich habe doch gar nichts gekauft, Jude. Gut, es war doch nicht sofort das alles. Aber jedenfalls haben sie es so weggelassen, dass Terry, der wirklich eine Zeit lang keine Pfeile mehr hat, egal wo man ihn getroffen hat. Ich habe ein Bild. Wirklich? Du hast mir das Bild einer großen Schale der Göttern gebracht? Zeig es mir bitte. Wunderbar, das ist genau das Bild, das ich sehen wollte. Ja, okay. Ja, mal es ab. Welch segenreiche Statue. Es fährt mir das Herz. Komm her. Stärk das Herz. Ich weiß, ich weiß, was gute Hände zum Malen war das. Welch ein Segen, dass diese Statuen der Göttern über uns wachen. Ja, nö. Das gefällt mir so. Das passt ja eigentlich so der Gegend hier. Dass das ja nicht weit weg ist. Wo habt ihr eigentlich die Krabben her dafür? Ist ja nicht so, dass ihr am Meer wohnt. Na, am Fluss kriegen kriegt man ja auch die Dinger. Äh, Karte. Ist das eigentlich... Auf der Suche nach der Wahrheit? Das müsste eigentlich hier sein. Da. Du hast gemein, es sind die Fälle gesucht. Ja. Gut. Okay, da könnte ich mal gucken, ob ich noch alle... noch ein paar Ställe noch zu machen habe. Und dann könnte ich das eigentlich auch mal vom Spielverlauf gehen. Und ich muss mal gucken, wo ich halt noch mehr von diesem Willen des Weißen finde. Oh. Oh, wow. Das Ding glüht ja richtig. Funktioniert ja gut. Hält ja wirklich schön warm. Das Ding sieht zwar darin tuftig aus, aber Wärm tut das Zeug nie nicht. Aber ich könnte mal kurz noch was anderes gucken. Wir zählen jetzt einfach, wieviel Stelle wir gemacht haben. Das gehört also in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, das waren ja zwei Bilder. Also habe ich doch noch den im Stall, also den in der Hebra Gegend zu machen. Ich werde nochmal gucken, ob ich eine Bomben schicken muss. 39, da muss ich mich doch ein bisschen mal darum kümmern, dass ich da welche kriege. Ich brauche sie nämlich beim Boss. So weit, so gut. Unser Reporter-Arst ist zurück. Ich habe schon von vorhin alles erfahren, Link. Wir sind alle so erleichtert, dass du die Wahrheit hinter den Gerüchten über unsere Zelle herausgefunden hast. Unsere Zeitung verkauft sich den Soku, wo wahrscheinlich Auflagen wie noch nie. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sophie, äh, so, du bist das Waden wohl langsam leid. Also genug von der Runde. Hier ist die Belohnung, die ich dir versprochen habe. Krönkapuze. Na, was sagst du? Nicht übel, oder? Damit rutschst du nie wieder von einer lassen Wand ab. Das denke ich, haben wir also nichts über den Verbleib von Prinzessin Zelt herausfinden können. Aber ich werde dich nicht wissen lassen, wenn es neue Nachrichten gibt. Also setze ruhig deine Reise fort, Link. Da er so lange hart gearbeitet hat, habe ich bei ihm für die nächste Zeit bezahlten Urlaub genehmigt. Ich habe ihn gefragt, ob er dir nichts sagen wolle, wo er ihn verbringt. Aber er hat einfach mit dem Gespräch abfluggestammelt und weg war er. Tja, vielleicht ist er einfach nicht gut darin, seine Gefühle zu zeigen oder so. Oder suchen nach der Wahl geschafft. Sehr gute Leistung. Damit ist der Grundstein deiner Karriere bei unserer Leitzeitung gelegt. Ich mache nur Spaß. War nur ein Witz. Du hast ja mit der Suche nach Prinzessin Zelt schließlich schon alle Hände voll zu tun. Aber wenn es auch vorbei ist, würde ich dich wirklich gerne eine Position bei unserer Zeitung anbieten. Du hast nämlich Talent. Ich hatte ja gehofft, dass auch Fein hier ist, um dir zu diesem Anlass zu gratulieren. Aber er sagt nur, dass er sich ranhalten müsse, wenn er mit dir beteiligen wolle und furcht davon. Wuschel, Waschen, Wasser, irgend so. Jedenfalls wollte es zu einem Plateau, hat er gesagt. Wo das genau liegt, weiß ich nicht, aber irgendwo am Rande des Hyrule-Gebietes im Süden. Er hat von einem berühmten Baden gesprochen, der dort ebenfalls versucht hat, seine Kunst zu verbessern. Ich bin dir so froh, dass ich dir die gröten Ausrüstung übergehen konnte, Link. Wir fanden sie so toll, dass wir sie einfach kaufen mussten. Und dann haben sie weder meinen Schwestern noch vorhin noch mir selbst gepasst. Wieso passt sie dann mir? Also ich weiß, es verwundert mich schon ein bisschen. Okay, Leute. Gut, dann werden wir mal den Part beenden und dann sehen wir, wie es jetzt weitergeht in den nächsten Part. Also, see you more than me.